Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ein halbes Jahr ist vergangen, was zwei Sachen bedeutet. Erstens, die Zeit vergeht viel zu schnell und zweitens, es ist Zeit für ein neues Windows Update. Und zwar handelt es sich jetzt um Windows 10 Version 18.03, welches auch Spring Creators Update genannt wird. Es ist das dritte Update, welches Creators Update im Namen hat, was uns darauf schließen lässt, dass Microsoft nicht besonders kreativ mit Namen ist. Aber in dem Update sind trotzdem einige Neuerungen enthalten, die ich euch jetzt in diesem Video zeigen möchte. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal mit Microsoft Edge an. Ja, mit Microsoft Edge. Ich weiß, dass der Browser interessiert nicht vielen von euch. Allerdings hat er in dem Update ziemlich coole neue Features bekommen. Und meiner Meinung nach ist es die erste Version von Microsoft Edge, die man wirklich als Alltagsbrowser benutzen könnte, wenn der Browser nicht Probleme mit ein paar Seiten hätte. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Also das Erste, was uns hier auffällt, ist das Fluent Design. Und zwar ist der Fensterrahmen von Microsoft Edge transparent, was ziemlich gut aussieht. Das Gleiche gilt übrigens für das helle Design. Und anstatt, dass wir ein dunkles Grau haben, im dunklen Design haben wir jetzt auch ein echtes Schwarz. Das ist die erste Neuerung. Außerdem sind jetzt die Menüpunkte unter drei Punkte Menü viel kleiner geworden. Sie haben das Hub neu gestaltet, also der Ort, wo wir unsere Favoriten und Downloads sehen können. Und zwar haben wir jetzt deutlich mehr Platz. Und links sind jetzt die einzelnen Kategorien versteckt, die wir auch zuklappen können. Weiter geht's. Und zwar geht es weiter mit der Lesezeichenleiste. Und zwar können wir jetzt auch bei einzelnen Lesezeichen auswählen, dass wir nur das Symbol der Lesezeichen anzeigen möchten, anstatt Symbol und Name. Vorher ging das nur allgemein für alle. Außerdem wird die Favoritenleiste automatisch in einem neuen Tab eingeblendet, was gerade nicht funktioniert hat. Aber jetzt als Beispiel. Wir haben hier Windows Area. Wir haben keine Favoritenleiste. Ich öffne einen neuen Tab. Und hier wird sie jetzt automatisch geöffnet, wie man es von anderen Browsern kennt. Außerdem gibt es einen verbesserten Vollbildmodus, wie bei Firefox. Chrome hat aber sowas beispielsweise nicht. Und zwar können wir die Seite, wie man es für einen Vollbildmodus erwartet, im Vollbild betrachten. Aber gehen wir jetzt mit der Maus oben an den Bildschirmrand, öffnet sich dann die UI. Und wir können hier ganz bequem einen neuen Tab öffnen oder zurückgehen und so weiter. Was den Vollbildmodus erst richtig praktisch macht. Also, ich möchte meinen Browser im Vollbildmodus auch weiterhin bedienen können. Microsoft Edge war der erste Browser, der ja oben ein Lautsprechersymbol hatte. Nicht abspielen. Der oben so ein Lautsprechersymbol hatte. Ja. Mal, wieso muss denn jetzt Werbung abgespielt werden? So. Das ist jetzt ziemlich verwirrend mit dem Video. Auf jeden Fall, oben ist ein Lautsprechersymbol. Und ich klicke da drauf und der Tab ist stumm. Und ich klicke wieder drauf und der Tab ist wieder laut. Microsoft Edge war der erste Browser mit dem Lautsprechersymbol. Allerdings der letzte Browser mit der Tab-Stummschaltfunktion. Was ziemlich traurig ist, aber endlich können wir das jetzt machen. Außerdem, für Menschen, die öfters mal drucken, eine gute Sache. Es gibt einen neuen Druckmodus, der störende Elemente aus der Seite entfernt. Ja, hier zum Beispiel. Das sieht eigentlich wirklich schrecklich aus in der Druckvorschau. Und wir haben sieben Seiten. Und jetzt haben wir unten links die Option störungsfreies Drucken. Wir machen sie ein. Und wir haben nur noch zwei Seiten. Davon ist eine leer. Aber auf jeden Fall, wir haben nur noch das Wichtigste der Seite. Das ist der Artikel. Und das ist ein ziemlich gutes Feature. So, weiter geht's mit dem E-Pub-Reader. Also für E-Books. Deswegen habe ich mal ein gratis E-Book heruntergeladen. Und zwar haben wir hier ein komplett anderes Design, was ziemlich gut aussieht. Aber viel wichtiger, wir haben neue Features. Und zwar können wir das ja, dass wir jetzt auch in E-Books Dinge markieren können. Zum Beispiel, das heben wir hervor mit einer Farbe. Oder das unterstreichen wir. Hier, ähm, die Animationen beim Seitenblättern ist übrigens ziemlich gut. Äh, wir können hier eine Notiz hinzufügen. Ähm, hallo Welt. Und jetzt haben wir nämlich eine Liste, die uns all unsere Markierungen und Notizen anzeigt. Und wir können schnell bei denen umherspringen. Außerdem haben wir jetzt eine Prozentanzeige bei den Kapiteln. Und auch unten. Damit wir wissen, wie weit wir ungefähr sind. Ähm, und es gibt, äh, eine Grammatik-Hilfe. Also Grammatik-Tools. Damit wir Substantive einblenden können. Werben einblenden können. Und Cortana kann uns jetzt behilflich sein. Äh, indem wir schnell Dinge bingen können. Und wäre hier ein Wort, was wir nicht, äh, kennen, dann könnten wir auch, ähm, gucken, was das eigentlich bedeutet. Aber da es jetzt ein englisches E-Book ist, mit einer deutschen Cortana funktioniert das leider nicht so gut. Und wir können, äh, Lesezeichen erstellen, äh, die über all unsere Windows-Geräte synchronisiert werden. Und dafür können wir auch mehrere erstellen, was auch kein Problem ist. Und der Vollbildmodus gilt auch für die E-Pubs. So, und das wäre es auch schon mit dem E-Pubs. Für E-Books, äh, die es leider im deutschen Windows-Store nicht gibt. Ähm, weiter geht's mit, ähm, Formular, Formularen, die man jetzt automatisch ausfüllen kann. Zum Beispiel kann ich hier neue Formulardaten eingeben, meine Adresse. Und, äh, wenn ich das mal in Seiten eingeben muss, wird er das automatisch ausfüllen. Und das gilt jetzt auch für, wo ist das? Auf einmal da. Und das gilt jetzt auch für, äh, Kreditkarten, was sehr gut ist. Damit werden Käufe im Internet deutlich vereinfacht. Außerdem unterstützt der, äh, private Modus jetzt, ähm, Erweiterung hier für In-Private-Browsen zulassen. Und wenn wir beispielsweise mal, äh, Privat-Browsen möchten, ohne dass er einen Verlauf anlegen soll, dann haben wir trotzdem, zum Beispielsweise, einen Ad-Blog oder unsere YouTube-Erweiterung. Außerdem ist die, ähm, wurde die Ansicht der Erweiterung, äh, so verändert, dass wir hier, äh, vorgeschlagene Erweiterungen haben. Und wir können die dann direkt mit dem Abrufen-Button herunterladen. Äh, Enhancer für YouTube ist übrigens ziemlich gut. Ähm, und zuletzt, äh, hat der Edge-Browser PWA-Funktionalitäten bekommen. Äh, PWA gibt's auch im Windows-Store. Äh, PWA bedeutet Progressive Web-Apps und diese Apps können auf Systemfunktionen zugreifen. Äh, hier gibt's auch jetzt Hintergrund-Worker in, äh, Microsoft Edge, äh, wodurch Webseiten Benachrichtigungen senden können, während der Browser geschlossen ist, zum Beispiel. Und, äh, PWA finden wir im Store. Beispielsweise, äh, hat Twitter ihre hervorragende UWP leider eingestellt. Allerdings bieten sie jetzt eine PWA an, was eigentlich nur eine Webseite im App-Format ist, die auf Systemdinge zugreifen kann. Bei Twitter in dem Fall gibt's nichts, was man besonders machen kann. Hier ist einfach die mobile Seite, die Benachrichtigungen schickt im Hintergrund. So, und, äh, das letzte noch erwähnenswerte ist, dass die Dev-Tools, ähm, jetzt auch rechts angeheftet werden können. Vorher war's ja nur unten. So, und das war's auch schon mit Microsoft Edge. Wir sehen, sehr gute Funktionen. Äh, den Browser kann man sich auf jeden Fall mal wieder anschauen nach langer Zeit. Äh, so, jetzt, äh, eine weitere Neuerung. Ich hätte, äh, das nicht schließen können, sondern ich mach einfach mal mit dem Fenster auf. Die Timeline. Was ist die Timeline? Konkret. Also, äh, die Timeline erreichen wir unten mit dem Task-View-Button, Task-Ansicht. Und wie, äh, wie vorher sehen wir hier, äh, alle Fenster, die gerade offen sind. Und wir können neue Desktop hinzufügen, so wie wir es kennen. Allerdings, wenn wir runter, äh, scrollen, können wir unsere Aktivitäten sehen. Ähm, da sind, können, äh, Internetseiten, die wir benutzt haben, äh, besucht haben mit Microsoft Edge. Oder beispielsweise, äh, Artikel, die wir in der Nachrichten-App gelesen haben. Ähm, Fotos, die wir angeschaut haben. Oder auch Dokumente, die wir mit Word bearbeitet haben. Alles wird hier abgelegt. Und dann haben wir hier einen Verlauf und wir können die Dinge anklicken. Beispielsweise, ich klicke jetzt Word an. Dann öffnet sich die App mit dem Dokument und ich kann da weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe. Äh, und das Ganze synchronisiert sich natürlich zwischen Geräte. Also, wenn ich jetzt einen Laptop habe unterwegs und einen PC zu Hause, sehe ich natürlich die Aktivitäten vom Laptop auf dem PC und andersrum. Beispielsweise sehen wir hier vom 23. März einige Aktivitäten vom PC vor MWR-Wirtel. Und das war dann die virtuelle Maschine, womit ich die ganzen Builds immer getestet habe. Das ist so die große Neuerung. Ähm, wir können, äh, Aktivitäten bis zu 30 Tage anzeigen lassen. Äh, hier müssen wir das so mal explizit einschalten, dann sehen wir mehr. Ja, und wir können einzelne Aktivitäten entfernen oder alles löschen von ein paar Stunden. Und wir können das Ganze in den Einstellungen auch noch deaktivieren und das zeige ich euch noch gleich. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich praktische Funktion, da man so fortführen kann, wo man aufgehört hat. Äh, und das sehr schnell, ohne sich durch, äh, Ordner kämpfen zu müssen oder Apps zu öffnen. Auch wenn man sagen muss, wenn ich eine Word-Datei öffnen will, kann ich auch einfach rechts auf Word machen und dann die Datei öffnen. Aber egal, wir haben jetzt, ähm, eine neue Möglichkeit gefunden, die schneller ist. Äh, so, das, eigentlich war es das schon mit der Timeline. So, das war, das war die Timeline, kurz erklärt. Ähm, dann fangen wir mal an jetzt bei den Einstellungen. Puh, das wird jetzt anstrengend. Bei den Einstellungen gibt es nämlich wieder mal ziemlich viel. Also als erstes, wir sehen hier das neue Design, wo die Icons viel kleiner sind. Ähm, fangen wir mal bei System an. Links auch wieder, äh, neues Design. Äh, die linke Spalte ist, äh, transparent gehalten. Und es gibt hier jetzt diesen, äh, Hover-Effekt. Und zwar, ähm, orientiert sich, äh, die Einstellung auch endlich am Fluent Design, wie viele andere Dinge. Und auch darauf kommen wir gleich zu sprechen. Auf jeden Fall direkt unter Anzeige am Anfang gibt es eine Neuerung. Und zwar unter Erweiterte Skalierungseinstellungen gibt es jetzt die Option Skalierung für Apps korrigieren. Ähm, ja, Windows guckt einfach, ob eine App vielleicht nicht richtig skaliert wird und versucht dann, ähm, die Skalierung, äh, für die einzelne App ein bisschen zu optimieren. Das kann man hier einschalten. Das ist standardmäßig aus und ist gut für Leute, die eine höhere Skalierung eingestellt haben, weil sie eine hohe Bildschirmauflösung auf einem kleinen Bildschirm haben. Außerdem haben wir jetzt hier erweiterte Anzeigeinstellungen, die uns eine Liste unserer Monitore anzeigt, äh, mit Name, Auflösung, Herzanzahl. Und wir können dann hier auch direkt die Adapter-Eigenschaften für diesen Monitor erreichen. Und unter Grafikeinstellungen haben wir eine interessante Sache. Hier können wir, ähm, Apps hinzufügen, äh, egal welche App, Universal Apps oder klassische Apps, da können wir hier durchsuchen. Ähm, und dann können wir einstellen, mit welcher Grafikkarte die App ausgeführt werden soll. Wenn wir beispielsweise, haben wir häufig bei Laptops eine integrierte Intel-HD-Grafik und eine gute Envida-Grafik. Aber die gute Envida-Grafikkarte braucht deutlich mehr Leistung, äh, was sich negativ auf den Akku auswirkt. Deswegen können wir jetzt sagen, Energiesparmodus oder hohe Leistung und dann wechselt er. Dann, äh, suchen wir aus, auf welcher GPU die App immer geöffnet wird. Äh, außerdem, äh, wurde der Prozess optimiert, ähm, wenn wir, äh, beispielsweise ein Surface Book haben, wo die Grafikkarte in der Tastatur ist und wir die Tastatur abziehen, wurde der Prozess optimiert, dass die Apps dann, äh, auf die andere Grafikkarte wechseln. So, und das war's mit Anzeige. Äh, Sound ist ein komplett neuer Menüpunkt. Äh, wir haben einfach die Sound-Einstellung. Wir können unser Standard-Eingabegerät auswählen, was ich, äh, natürlich jetzt nicht mache, weil das wäre ziemlich suboptimal für die Aufnahme und können geregte Eigenschaften, ähm, anzeigen lassen. Außerdem gibt's einen integrierten, äh, Lautstärke-Mixer, was sehr cool ist und wir können hier sogar, äh, für einzelne Apps auswählen, von welchem Ausgabegerät sie den Ton ausgeben sollen oder von welchem Eingabegerät der Ton aufgenommen werden soll, was auch gut ist. Ähm, also die Universal-Einstellungen-App wird immer umfangreicher. Benachrichtigungsassistent ist auch ein komplett neuer Punkt. Ähm, kennt einer von euch die Ruhezeiten? Wenn nicht, äh, die, äh, könnt ihr über das Action-Center erreichen und dann hier Ruhezeiten, die heißen jetzt Benachrichtigungsassistent. Ähm, und diese wurden einfach optimiert. Damals gab's nur ein Aus und jetzt können wir das genauer einstellen. Beispielsweise automatische Regelungen zum Einschalten. Ähm, wenn ich ein Spiel starte, dann macht die Ruhezeiten an, denn ich möchte beim Spiel nicht gestört werden, äh, mit unnötigen Benachrichtigungen. Oder wenn ich meinen Bildschirm dupliziere, ist einfach gedacht, wenn ich, äh, präsentiere, äh, dann möchte ich nicht, dass private Daten angezeigt werden und Benachrichtigungen enthalten häufig private Daten. Und deswegen werden diese auch da ausgeblendet. Oder ich kann auch bestimmte Zeiten festlegen, beispielsweise zwischen 23 und 7 Uhr täglich an Wochentagen oder am Wochenende. Und ich kann auch immer auswählen, welche Ebene, äh, gilt. Also bei allen drei, äh, Optionen nur Alarm oder nur mit Priorität. Ähm, ja, und da gibt's auch zwei Modi. Nur mit Priorität, äh, da kann ich dann eine eigene Liste, äh, erstellen mit Dingen, die, ähm, durchgehen sollen, die ich für wichtig halte. Beispielsweise, ich möchte jetzt nicht gestört werden, außer es ist etwas Wichtiges. Und hier kann ich, äh, einzelne Apps hinzufügen. Hier ist Xbox hinzugefügt, weil, wenn ich ein Spiel starte, dann, äh, öffnet sich, äh, aktivieren sich Ruhezeiten nur mit Priorität. Ähm, aber die Xbox-App soll weiterhin Benachrichtigungen anzeigen, weil ich, äh, sehen möchte, wenn jemand mich einlädt zu einem Spiel. Ähm, ich kann einzelne Kontakte hinzufügen, wenn ich jetzt beispielsweise eine bestimmte Person habe, die mich immer erreichen soll. Und wenn ich, ähm, Windows mit meinem Smartphone verbunden habe, eingehende SMS kann ich dazu auch zur Regel hinzufügen. Oder nur Alarme, dann kommt nur der Wecker durch. Ähm, das ist eine sehr gute Sache, ähm, vor allem für mobile Geräte, für PC-Nutzer eigentlich auch. Ich bin froh, äh, dass es endlich in Windows seinen Platz gefunden hat. Leider hat's nicht gereicht für Windows Phone, aber egal. Ähm, weiter geht's unter Speicher, ähm, denn wir haben jetzt hier, wir, ähm, wir haben jetzt die, äh, Festplattenbereinigung, die Datenträgerbereinigung in die Einstellung integriert. Ähm, erreichen wir, wenn wir jetzt hier auf Speicherplatz freigehen, dann erstellt er eine, äh, Liste mit allen, ähm, temporären Dateien, die sich auf unserem Computer befinden, genauso wie halt bei der Datenträgerbereinigung. Und dann können wir hier die einzelnen Dinge auswählen und können unseren Speicherplatz freigeben. Ähm, ja, das ist ganz praktisch für Tablets, weil auf Tablets, äh, die haben wenig Speicher. Da muss man das manchmal machen und dann muss man sich nicht mit seinen großen Fingern auf die kleinen Oberfläche der alten Bereinigung, äh, zurechtfinden, sondern hat das jetzt hier integriert, was sehr gut ist. Und Speicheroptimierung ist ein bekanntes Feature, wurde aber erweitert. Äh, wir können jetzt, äh, dafür sorgen, äh, genauer einstellen, wie oft sie ausgeführt werden soll. Und wir können auch genaue Tage festlegen. Vorher war das fix auf 30 Tage festgelegt. Jetzt können wir hier auch 60 Tage oder 14 Tage oder nur einen Tag auswählen, was auch sehr, sehr gut ist. Ähm, so, wie geht's weiter? Okay, das wär's mit System, dann gehen wir unter Geräte. Äh, unter Eingabe, hier hat sich, äh, etwas getan. Hier gibt's neue Funktionen, und zwar, äh, erst mal der Punkt Hardware-Tastatur, Wortverschläge bei, äh, bei Eingabeanzeigen, Rechtschreibfehler automatisch korrigieren, ja. Aber, äh, ihr kennt das, ihr habt euer Handy und tippt Sachen und er zeigt euch Vorschläge. Und das gibt's jetzt auch bei Windows. Äh, deswegen kann ich hier Hallo schreiben, wie, G, ich weiß gar nicht, das wird grad gar nicht angezeigt. Wortverschläge für Hardware-Tastatur sind nur in Englisch verfügbar. Oh. Ja, okay, äh, dann kann ich es euch doch nicht zeigen, war ja klar. Äh, ja. Auf jeden Fall wird er dann Vorschläge anzeigen, wenn ich mit meiner normalen Tastatur schreibe. Wer es mag, ne. Und Textvorhersage basierend auf erkannten Eingabesprachen anzeigen. Okay, danke für die Benachrichtigung. Ähm, ja, kennt man auch von Hindys, wenn ich jetzt zwei Sprachen habe, einmal Englisch und einmal Deutsch, äh, dann, ähm, verbindet er die Wörterbücher der Sprache, da muss ich nicht extra, äh, herumswitchen. Manchmal, wenn ich halt mit anderen Sprachen rede. Ähm, manche mögen es, ich persönlich mag es nicht, deswegen habe ich sie lieber auf ausgestellt, weil wenn ich auf Deutsch rede, dann kommen manchmal englische Dinge, das mag ich nicht so. Äh, äh, unter Erweiterte Tastatureinstellungen, äh, der Punkt ist komplett neu. Hier können wir nochmal, äh, Prioritäten festlegen, wann er denn eine Sprache wechseln sollte. Ja, das war es auch schon für die Geräteeinstellungen und weiter geht's, äh, unter Netzwerk. Einfach mal unter Datennutzung haben sie jetzt eine Funktion von Windows Phone integriert, die Datenoptimierung. Äh, hier können wir nämlich ein Limit festlegen, falls wir einen beschränkten Datentarif haben. Zum Beispiel, äh, am 21. habe ich jeden Monat einen Gigabyte, kann ich das speichern. Und jetzt zeigt ihr mir an, äh, wie viel, ähm, ich verbraucht habe und setzt das Netzwerk automatisch als getaktetes Netzwerk fest, also als Netzwerk mit Datenlimit. Und dann wird er auch weniger im Hintergrund nutzen, weniger Daten beschränken, was Store-Apps und Windows-Feature im Hintergrund tun können, wenn ich innerhalb von 10% der, was? Wenn ich bin, innerhalb von 10% der mein Limit. Äh, das steht da gerade wirklich, also, wirklich, ich habe jetzt nicht inkompetent vorgelesen. Ja, auf jeden Fall, ne, wenn ich, äh, wenig Datenvolumen habe, zum Beispiel nur noch 10%, dann, äh, wird er weniger verbrauchen. Nicht so oft nach Updates suchen, nicht so oft Dinge im Hintergrund synchronisieren. Äh, Apps werden vielleicht Bilder in niedriger Auflösung runterladen, oder sowas halt. Ähm, für Tablet-Nutzer eher gedacht. So, unter Personalisierung, äh, gibt es jetzt den neuen Punkt Schriftarten. Äh, ja, können wir all unsere, äh, Schriftarten durchsuchen, für alle Sprachen. Ähm, klicken wir mal an. Wenn wir eine anklicken, sehen wir Infos, äh, und ich kann hier einen eigenen Text anzeigen lassen und mir dann einen Eindruck von der Schriftart machen. Äh, unter Taskleiste gibt es neue, äh, Einstellungen für My People. Kontakte in der Taskleiste, das Feature kam, glaube ich, mit dem letzten Update. Ja, sollte so gewesen sein. Äh, hier kann ich einfach auswählen, wie viele Kontakte jetzt maximal angezeigt werden können. Vorher waren es 3. Jetzt kann ich sagen, 10 oder nur 1 oder alle in Überlauf einfüllen. Dann habe ich hier keine und muss dann extra hier draufklicken und dann auf einen Kontakt klicken und dann wechselt der hier, ähm, das Symbol. Dann habe ich eine leere Taskleiste, aber kann trotzdem die Funktion von, ähm, My People benutzen. Ja, oder man kann es natürlich wie immer, ähm, ausschalten. Und das Feature wird allgemein ein bisschen, äh, verbessert. Zum Beispiel kann ich jetzt Kontakte mit Drag & Drop anordnen und so weiter. Ich mach's mal aus. Äh, wer übrigens eine App sucht, um das Feature auszuprobieren, äh, Skype-UVP oder für Telegram-Nutzer gibt es die App Unigram. Äh, die integriert sich in My People. So, weiter geht's in Apps. Hier gibt's eine coole Sache und zwar Aliasse für App-Ausführungen verwalten. Äh, Apps, die ich aus dem Store lade, äh, konnte ich bis jetzt nicht mit einer Eingabeaufforderung oder einer PowerShell ausführen. Ähm, jetzt schon, indem ich einfach hier Spotify-Exe oder Unigram-Exe oder Microsoft Edge-Exe eingebe. Mach ich einfach mal, so, jetzt hat sich Microsoft Edge geöffnet. Äh, eine sehr wichtige Sache, meiner Meinung nach. Und eine App kann mehrere Befehle, äh, haben, auch mit Parametern und so weiter. Und hier kann ich halt einzelne ausschalten, weil, keine Ahnung, vielleicht können sich welche mal blockieren, Konflikte geben, dann kann ich sie vielleicht ausschalten, wenn ich sie nicht mag. Kann ich sie aber auch anlassen. Auf jeden Fall trotzdem eine gute Sache. Ich sehe das Ganze einfach mal als eine Liste von Dingen, die möglich ist. Außerdem wurden optionale Features erweitert. Ich kann jetzt, ähm, den XPS-Viewer hier entfernen. Ähm, genau hier nicht. Aber in meiner, ja, okay, äh, optionale Features sind hier gerade broke. Auf jeden Fall in meiner Wittermaschine habe ich noch XPS-Viewer. Ähm, neben Media Player und Internet Explorer und OpenSSH-Client, der jetzt übrigens final geworden ist. Ähm, außerdem, äh, gibt es erweiterte Einstellungen für Apps. Äh, ich klicke zum Beispiel auf Fotos und dann gibt es erweiterte Optionen. Und dieser Punkt ist viel umfangreicher und viel besser geworden. Gut, ich sehe hier, äh, jetzt die Versionsnummer, Größe. Äh, ich kann die einzelnen App-Berechtigungen einsehen und dann, äh, aktivieren und deaktivieren. Beispielsweise Kamera soll nicht auf, äh, die Fotos sollen nicht auf der Kamera zugreifen oder doch. So wie ich es mag. Außerdem kann ich die App mit all den Prozessen beenden. Es ist halt wie ein Taskmanager. Ich glaube, beenden und alles ist beendet. Ich kann sie zurücksetzen, falls sie nicht funktioniert. Oder deinstallieren. Manche kann ich noch, äh, deaktivieren. Und hier sind Add-ons für Apps gelistet, für einzelne Apps. Ähm, die Option kann ich jetzt aber auch viel angenehmer erreichen. Nicht über die Einstellungen, sondern wenn ich, äh, rechtsklick auf eine App mache, mehr App-Einstellungen. Dann können wir das Ganze hier auch einsehen. Äh, ich frage mich, ob eigentlich, äh, der Autostart-Modus hier auch ist. Gucken wir mal. Bei Spotify, App-Einstellungen. Äh, da wird bei der Einmeldung ausgeführt. Hier kann ich dann auch den Autostart verwalten. Spotify Web-Helper und Spotify an sich. Und hier kann ich die App auch reparieren. Sehr schön. Äh, und Autostart wurde jetzt auch integriert. Da muss ich nicht mehr den Umweg über den Taskmanager gehen. Ähm, ja, weil Universal Apps können jetzt auch im Autostart sein. Und deswegen hat man das einfach für Tablet-Nutzer wieder, ähm, eingeführt. So, weiter geht's, ähm, unter Konten. Unter Konten war, glaube ich, jetzt nichts, ähm, konkret Neues, was ich zeigen kann gerade. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, äh, bei Anmeldeoptionen für lokale Benutzer, äh, kann man jetzt, äh, Sicherheitsfragen einstellen. Drei Sicherheitsfragen, äh, um sein Passwort zurückzusetzen. Einfach, falls man mal sein Passwort vergessen sollte, kann man das mit den Fragen zurücksetzen lassen. Aber nur für lokale Konten, nicht Konten, nur für Microsoft-Konten. Äh, ich meine nur für lokale Konten, nicht für Microsoft-Konten. So, ist richtig. Äh, tut mir leid. Ähm, für die Verwirrung an der Stelle. Unter Zeit und Sprache gibt es jetzt an sich nichts Neues, aber sie haben das, ähm, Menü hier verschönert. Und zwar gibt es jetzt, äh, unter den Sprachen eine Prioritätsliste. Kann ich mit den Pfeilen hoch und runter schieben. Ähm, wenn es für eine Sprache nicht alles übersetzt wurde, äh, dann wird er die zweite Sprache nehmen. Und, ähm, wenn ich eine Sprache hinzufüge, gibt es hier unten eine Legende. Und diese zeigt mir an, bei den einzelnen Sprachen, äh, was, äh, die zu bieten haben. Zum Beispiel Englisch, Anzeiges, äh, Sprache, weil nicht alle Sprachen unterstützen Spracherkennung. Ähm, das haben sie ganz gut gelöst. Aber interessanterweise wird es hier nicht angezeigt. Aber in meiner virtuellen Maschine schon. Ich weiß nicht, was passiert ist. Äh, ich hoffe mal in der finalen Version wird es dann bei jedem angezeigt werden. Wenn nicht, wäre es ziemlich schade. Tatsächlich. Weil ich finde das ziemlich cool. Haben die gut gemacht. Ähm, erleichterte Beliebung. Hier hat sich wahrscheinlich wirklich am meisten getan. Weil dieser Menüpunkt ist wirklich sehr umfangreich geworden. Wenn man ein Vorher-Nachher-Bild hat, dann, äh, kann man das gut vergleichen. Äh, es ist wirklich viel passiert. Es gibt viel mehr Einstellungen, viel mehr Funktionen. Und, ähm, es gibt sogar hier doppelte Einstellungen. Äh, einfach nur damit Menschen, die darauf angewiesen sind, nicht zwischen tausend Menüpunkten umherspringen müssen, sondern alles an einem Ort haben. Beispielsweise haben wir die Skalierung, äh, von, äh, den Anzeigeeinstellungen und natürlich auch einen Link dahin. Äh, unter Audio können wir lauter leiser machen, auch wie in den Zauneinstellungen. Nur hier alles in einem kompakt zusammengefasst. Ähm, und es gibt wirklich deutlich mehr Einstellungen. Zum Beispiel bei der Sprachausgabe sehen wir hier eine sehr lange Liste. Microsoft hat sich wirklich Mühe gegeben, um Menschen, die Probleme haben, ihren Computer, äh, in der normalen Konfiguration zu benutzen, das Ganze leichter zu gestalten. Ähm, außerdem können wir hier die berühmte Einrastfunktion, äh, deaktivieren. Wenn ich fünfmal Shift drücke, dann muss ich nur den Haken entfernen und dann passiert das nicht mehr. Äh, und es gibt jetzt eine Augensteuerung in Windows. Also, tatsächlich, die kann ich euch auch nicht zeigen, weil ich hab die benötigte Hardware nicht. Ähm, ja. Ähm, Datenschutz sieht auch ein bisschen anders aus, weil links gibt es, äh, jetzt diese Kategorien immer. Das gab's unter, ähm, erleichterte Bedienung auch. Ähm, hier wurde einfach jetzt getrennt zwischen Windows-Berechtigung und App-Berechtigung, was sehr gut ist, weil es war wirklich unübersichtlich. Ähm, und hier gibt es jetzt einen, eine Funktion mit einer App, wo wir, ähm, die Diagnosedaten einsehen können. Und ihr kennt ja das, äh, Thema mit der Telemetrie in Windows 10. Ähm, hier können wir jetzt genau einsehen, was für Daten Microsoft alles von uns erhebt. Ähm, was eine gute Sache ist, denke ich mal. Wobei es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen würden, dass bestimmt nicht alles angezeigt wird und man Dinge von uns verheimlichen möchte. Auf jeden Fall ist die App ziemlich gut geworden. Wir können nach Kategorien filtern, äh, haben auch noch Einstellungen hier, Quick-Links zum Datenschutz-Dashboard. Da hat sich jemand wirklich, ähm, was dabei gedacht, was sie hier macht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Äh, außerdem, äh, ich habe hier auch eine gute Sache, was eine gute Sache ist, denke ich mal. Äh, kann man die Diagnosedaten jetzt, äh, jederzeit löschen. Mache ich einfach mal. Sorge gemacht. Jetzt, jetzt, jetzt wird Diagnosedatenanzeige ausgemacht. Naja, egal, passt. So, und unter Spracherkennung, Freiheit und Eingabe, äh, können wir jetzt ein Benutzerwörterbuch anzeigen. Im Endeffekt alle Wörter, die ich selber zu meinem Wörterbuch hinzugefügt habe. Und hier kann ich dann alle Wörter löschen. Leider nicht die einzelnen Wörter, gibt auch keine Suche. Äh, das, ich hätte mir gewünscht, dass sie das ein bisschen besser umsetzen, aber ist ja jetzt auch egal. Hier sind übrigens die Einstellungen für die Timeline, wo man einstellen kann, ob Windows überhaupt Aktivitäten sammeln darf, kann ich ausmachen. Und synchronisieren mit der Cloud kann ich ausmachen und Kontoaktivitäten anzeigen kann ich alles ausmachen. Und jetzt habe ich keine Timeline mehr, sondern nur noch meine Taskansicht. Mache ich aber mal wieder an, denn die Timeline ist eine ganz nette Sache. Außerdem, äh, gibt es hier App-Berechtigungen, wo wir zum Beispiel Apps den Zugriff auf meine Kamera, ähm, entnehmen können. Äh, da gibt es ein paar neue Punkte, und zwar, ähm, für Dokumente, also ob sie auf meinen Dokumente-Ordner zugreifen können, beziehungsweise der Bibliothek, und das gleiche gilt für Bilder und Videos. Oder wir können noch einen Schritt weiter gehen und Apps den Zugriff auf das gesamte Dateisystem blockieren. Was fantastisch ist. Ich meine, wir können einiges blockieren, Kamera und so weiter, aber solange Apps Zugriff auf die Dokumente haben, können sie ja theoretisch die Dokumente jederzeit, ähm, einfach nehmen und weiter versenden oder damit arbeiten und so weiter. Und jetzt können wir denen das einfach, äh, den Zugriff entnehmen, was das Ganze wirklich sehr sinnvoll macht. Finde ich gut. Äh, unter Update und Sicherheit gibt es eine Kleinigkeit, unter, nämlich unter Erweiterte Optionen. Äh, hier unten unter Übermittlungsoptimierung und Erweiterte Optionen können wir jetzt auch die Bandbreite, ähm, einschränken für Downloads im Vordergrund. Im Endeffekt Downloads, wo ich selber auf Nach-Update suchen klicke. Ja, Hintergrund ist halt die automatische Windows-Suche. Äh, ja, Menschen mit schlechteren Internet sollten sich auf jeden Fall die Optionen hier mal, äh, anschauen. Die sind nämlich ziemlich gut. Und unter Windows-Sicherheit sehen wir jetzt die einzelnen Windows-Defender-Punkte und können schnell darauf zugreifen. Kleinigkeit, nichts Spannendes, aber gute Überleitung, denn jetzt zeige ich euch die Neuerungen im Windows-Defender. Hui, danke Microsoft für die Überleitung. Hier gibt es ein paar neue Sachen, mhm, und zwar zwei neue Kategorien. Einmal Kontoschutz, hier wird einfach drauf geachtet, hey, du solltest ein Passwort haben, du solltest ein Microsoft-Konto mit zweistufiger Authentifizierung haben, und du solltest Windows-Hello eingerichtet haben. Das war's eigentlich. Ähm, unter Gerätesicherheit gibt es ein paar neue Dinge, interessante. Und zwar einmal Kernisolierung, ähm, um Angriffe vom bösartigen Code in Prozesse zu verhindern. Und der sichere Start, Secure Boot, damit, ähm, andere Systeme oder Dateien nicht ausgeführt werden. Aka, ein Linux. Ja, hier wird einfach drauf geachtet, wenn ein PC das unterschützt, dann mach's mal lieber an. Dann kann niemand dein Detailsystem zugreifen. Aber interessanterweise gibt's hier keine Meldung für Bitlocker. Ich mein, wenn du eine Bitlocker anmachst, wäre das, die Festplatte verschlüsselt. Und dann könnte erst recht niemand etwas anstellen. Sollte man vielleicht noch hinzufügen. Eine Bitlocker, UWP und so weiter. Und unten rechts gibt's ja dieses Windows-Defender-Icon in der Taskleiste. Äh, wenn wir da jetzt rechtsklick drauf machen, gibt's hier ein paar neue Optionen. Nicht nur mehr Sicherheits-Dashbot anzeigen wie vorher, sondern auch schnell die Benachtigungsoption anzeigen. Weil es gibt ja diese wöchentlichen, ähm, Berichte. Ich glaub, die nerven einige Leute. Deswegen hat man das nochmal extra hier hinzugefügt. Beziehungsweise, sobald ich eine Benachrichtigung von Windows-Defender bekomme, ist da jetzt ab jetzt immer ein Button, womit ich jederzeit das ausschalten kann. Ähm, ich kann schnell auf Schutz-Updates überprüfen, also die Virensignatur, äh, aktualisieren und eine schnelle Virenprüfung ausführen. Ähm, so, ähm, eine Sache, die ich leider auch nicht zeigen kann. Einfach, weil ich mich an einem Desktop-PC, äh, befinde, wo ich WLAN ausgeschaltet hab. Aber hier im Teilenmenü, im neuen, welches jetzt übrigens im Fluent Design auch dargestellt wird, mit dem Transparenzeffekt, ähm, kann ich jetzt auch, äh, Sachen teilen an PCs in meiner Nähe. Ja, also wahrscheinlich allen Computern in meinem Netzwerk. Hätte ich jetzt zum Beispiel einen Laptop, könnte ich jetzt diesen Link dahin teilen. Und der würde das dann da öffnen. Oder Bilder oder Dateien und so weiter. Man kann ja mittlerweile auch, äh, Dateien teilen. Ähm, Cortana hat auch, äh, ein bisschen was bekommen, aber auch verloren. Ähm, das Notizbuch wurde neu designt, sieht ja ziemlich gut aus. Äh, ja, ist ein bisschen leer in Deutschland, weil die deutsche Cortana ist wirklich sehr enttäuschend, wirklich. Ähm, im englischen, US-amerikanischen Sprachraum ist sie wirklich hervorragend, aber in Deutschland kann man sie nicht so gebrauchen. Ähm, und hier haben wir jetzt in der Startseite, haben wir jetzt die Möglichkeit verloren, runterzuscrollen. Ähm, damals hat man runtergescrollt und da war da das aktuelle Wetter, die Nachrichten, weitere Infos, haben wir einfach komplett entfernt. Restlos. Ähm, alles Relevante soll Cortana jetzt per Benachrichtigung schicken. Ähm, naja. Cortana wird dir nie das Wetter per Benachrichtigung schicken. Cortana wird dir nie alle Nachrichten schicken. Ähm, du musst jetzt auf eine Nachrichten-App einfach nochmal eine extra umsteigen und eine extra Wetter-App anschauen. Gut, dass beides im Windows vorinstalliert ist. Cortana schickt dir nur noch wichtige Schlagzeilen, wenn du das möchtest. Ähm, wurde ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber wir haben jetzt eine kleine Integration in Timeline, Fortwand, wo du aufgehört hast. Kann ich einfach Google klicken und dann öffnet sich Google. Aber natürlich, wenn ich Microsoft Edge als Hauptbrowser benutze und von meinem Laptop ausschließe, ähm, mit vielen Tabs, dann wird Cortana natürlich auch weiterhin eine Benachrichtigung schicken. Hey, hier sind alle Tabs, willst du fortführen, wenn ich meinen Computer anschalte? Das gibt's auch weiterhin, auch mit Timeline. So, jetzt geht's auch weiter mit der Eingabe. Und damit meine ich die Bildschirmtastatur erstmal. Ähm, mit der kann man jetzt swipen, auch im großen Modus. Ja, seht ihr das? Seht ihr, wie man swipen kann? Ähm, ja, ich kann grad gar nicht mehr swipen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, grad nicht, was passiert ist. Ähm, eigentlich muss ich ja swipen können. Ich konnte grad noch swipen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Egal, ich glaub, ihr vertraut mir, wenn ich euch sage, man kann jetzt, man konnte vorher bei der kleinen nur swipen. Ähm, kann jetzt auch bei der großen swipen. Ich glaub, ihr könnt mir einfach vertrauen, dass das stimmt. Außerdem, äh, sollte es auch, was irgendwie grad auch fehlt, also schon die ganze Zeit wenigstens, beruhigt mich ein bisschen, sollte eigentlich so einen, ähm, geteilten Modus geben. Also, dass links die Hälfte ist von der Tastatur und rechts die Hälfte. Einfach für Tablets. Es wurde irgendwie entfernt, überall, keine Ahnung. Aber swipen geht auf jeden Fall noch, nur bei mir jetzt nicht. Die, äh, Texteingabe für, äh, Stifte, äh, die haben jetzt neue Gesten bekommen. Die werden hier in den Tipps wahrscheinlich, ja, hier, schnelles Löschen ein, Swords und so. Ähm, das zeigt Microsoft sogar selber. Ähm, kann ich ja grad nicht so gut zeigen, weil ich hab ja keinen Stift. So, und dann hat er das Wort jetzt erkannt. Und jetzt streichen wir es durch. Und es wurde gelöscht. Und dann gibt's auch viel mehr Swipes, zum Beispiel kombinieren von zwei Wörtern. Dann macht er einfach nur eine kurze Wischbewegung zwischen zwei Wörtern. Das werdet ihr jetzt sehen. Und zack ist das Wort zusammen, so. Von den Gesten gibt es viel mehr, die kann man sich hier in der Tipps-App anschauen. Äh, und dann ist alles top. Und das Emoji-Keyboard, das hab ich auch im letzten Video gezeigt. Also das hier, was man mit Windows und Punkt öffnet. Das gab es vorher nur für USA. Jetzt gibt's auch für, das auch für Deutschland. Und im nächsten Update gibt's dann wahrscheinlich auch die, ähm, Wortvorschläge für die Hardware-Tastatur auch in Deutschland. Hier kann ich halt schnell auf, äh, Smilies zugreifen. Zugreifen ist nett. Ich meine, es gibt Menschen, die mögen Smilies. Ich mag Smilies auch. Äh, manchmal bei Twitter hinzuzufügen. Oder wenn ich chatte. Äh, gut, Twitter hat natürlich eine eigene Smilie-Angabe. Aber ich mag die Windows-Smilies auch ziemlich sehr. Wenn ich zum Beispiel Unigram benutze, kann man die hier einfügen. Gut, Editor zeigt die jetzt nicht so gut an. Aber hey, außerdem gibt's eine Suche. Also ich kann hier einfach eingeben, Holz. Es gibt kein Holz, Smilies, ne? Äh, oder Glücklich. Äh, oder Baum. Ja, da, da, Baum. Oder Getränk. Äh, oder Brezel. Da, da ist eine Brezel. Toll, jetzt klingelt die Tür. Egal, ich hoffe, alles ist okay. Ich hoffe, ich kann das noch schnell hier zu Ende bringen. Denn auf uns wartet zwar nicht mehr viel, aber eine neue Gamebar erwartet uns. Schon wieder ein toller Über... Boah, war das laut. Äh, zwar sieht die neue Gamebar so aus. Äh, ist jetzt nicht mehr im Game fixiert, sondern auch außerhalb des Games. Aber dafür gibt's hier jetzt eine coole Animation. Ich sollte vielleicht, ähm... Das Minecraft leiser machen. Im neuen Lautstärke-Mixer. Ich mein, wenn man schon die Möglichkeit hat, kann man die auch nutzen. Ähm... Ja, sieht einfach anders aus. Funktionsumfang ist ungefähr gleich. Nur ich kann schneller mein Mikrofon stumm schalten, Webkanen einschalten, Spielmodus aktivieren. Und schneller eigentlich alles einstellen. Und es sieht ziemlich gut aus, tatsächlich. Und die Animationen sind sehr sauber. Ja. Gefällt mir auch gut, dass, äh, der Hintergrund so dunkel wird und das Spiel im Vordergrund ist. Ähm, der Taskmanager hat eine ganz kleine Neuerung bekommen, startet schneller. Und hier ist so ein Symbol, welches uns schon sagt, der Prozess wurde angehalten. Ähm, ja, ein Indikator für angehaltene Prozesse. Angehaltene Prozesse saugen keine Ressourcen im Hintergrund, ist so eine Stromsparmechanik, äh, sind aber trotzdem offen, um sie schnell vom RAM abzurufen. Ähm, außerdem, wie ihr es wahrscheinlich bemerkt habt und ich gerade schon angedeutet hab, äh, das Fluent-Design hat sich, äh, ausgeweitet im ganzen System. Also, zum Beispiel hier gibt's einen Hover-Effekt in der Benachrichtigungszentrale. Oder hier, ähm, der Transparenzeffekt ist anders, deutlich mehr Unschärfe. Wenn ich hier mit der Maus gehe, dann verfolgt der Strahl meine Maus. Es gibt, äh, auch hier im Startmenü jetzt den Hover-Effekt. Äh, das hat man eigentlich komplett, aus, äh, ausgeweitet auf viel mehr System-Dinge. Und eine Sache, die entfernt wurde, eine sehr alte Sache, die entfernt wurde, seit wann gibt's die? Seit Windows Vista oder seit Windows 7? Ich weiß gar nicht. Äh, Heimnetzgruppen. Es gibt keine Heimnetzgruppen. Sie wurden entfernt. Ähm, berechtigt würde ich sagen. Wir sind bei dem ganzen Cloud-Trend einfach runtergegangen. Die hat wahrscheinlich auch niemand mehr benutzt, wenn, dann hast du eine NAS an, irgendwo dran gemacht oder sonstiges. Die sind jetzt weg. Ein Dienst weniger, der im Hintergrund läuft. Manche werden jubeln. Hey, glaub mir, es spart keine Ressourcen. Es ist einfach nur weg. Muss sich jetzt niemand mehr drum kümmern. Und zuletzt, ähm, gibt es jetzt für das Linux-Subsystem. Es wurde natürlich wieder verbessert. Es wird mit jedem Update verbessert. Und es gibt jetzt zwei neue Distros. Einmal Debian. Und tatsächlich Kali Linux. Ja, Kali Linux, wirklich. Ähm, und ja, der Windows Defender springt manchmal an bei Kali Linux, weil der weiß, dass es nicht ganz legal ist. Aber hey, ist cool. Könnt ihr auch übrigens ohne das Update unterladen, aber hat gepasst. So, und das waren eigentlich auch schon alle Neuerungen. Mit dem Spring Creators Update AKH Windows 1803. Veröffentlichungsdatum ist gerade nicht bekannt. Es wird irgendwann im April sein. Äh, in der Beschreibung findet ihr einen Artikel, wo alle Neuerungen, wirklich alle, aufgeführt sind. Mehr als ich hier gezeigt habe. Aber das war erstmal das Wesentliche. Äh, falls das Update bereits erschienen ist und ihr das nicht erhalten habt, dann nochmal in die Beschreibung. Da ist auch ein Link zu einem anderen Video, wo ich zeige, äh, wie ihr das Update sofort herunterladen könnt. Und das war's dann auch. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, auch über die nächsten Updates informiert sein wollt, abonniert den Kanal. Und das war's. Tschüss. Und das war's.